Hallo und herzlich willkommen zu diesem Stream-Highlight-Video. Ja, ich habe wieder einen Stream zusammengeschnitten, der ist schon ein bisschen älter, also nicht wundern. Aber ich fand den Stream an sich schon ziemlich witzig, deswegen habe ich jetzt dieses Highlight draus geschnitten. Ich wollte nochmal vielen Dank an alle Zuschauer sagen. Wenn ihr Lust auf Twitch habt, dann könnt ihr unten in der Videobeschreibung gucken, da ist mein Twitch-Kanal. Und nochmal vielen Dank an Snooze und Cell, die dann bei den Streamen mit dabei waren. Und ja, jetzt geht's los. Was machst du heute im Stream? Hier steht der Titel, ich werde ein bisschen switchen und am Rad drehen. Das coole ist, hier gibt es keine Ebenen, das heißt, ihr könnt zwischendurch auch immer was machen, wenn man mal keinen Bock haben zu drehen oder so. Ich fand halt echt cool, dass so mein letztes Video echt gut angekommen ist, weil da habe ich mir auch echt Mühe gegeben, so vom Bearbeiten her und so. Alty, okay. Aber da steht halt immer drunter so, ey Fossi, mach mal irgendwie Facecam, mach mal Facecam und so weiter. Vor allen Dingen auch du, Mann, ne? Der selber keine Facecam hat. Mich würde mal interessieren, warum euch das so interessiert? Also, wenn ihr unbedingt wollt, dann mache ich jetzt gleich ein Kinderfoto von mir rein. Okay, ich mache mal kurz mein Kinderbild rein, ja? Okay, Moment. So. Das war ich als Kind. Aber jetzt ist es auch gut, oder? Jetzt ist es auch gut. Kein Deutsch. Okay. Muss aber auch gut sein, ne? Höchste Donation und jetzt sing meine Mauseinschaltungszeiten. Es ist V zu dem Ossi. Gruß, Schatty. Ritterling, Styl. Schatte 90, jung. Ist das der echte? Der Löwe wäre auch nicht schlecht gewesen. Der bringt 10% weniger Schaden. Das ist vielleicht gar nicht so kacke. Oh, ich habe einen Löwen bekommen. Nice. Battle-Löwen. Hi, Apokalyptik. Hast du AIDS? Weil ich gesagt habe, dass ich schwarz bin. Du mieser Nazi. Ich kriege gerade nur Scheiße. Ich mache jetzt erst mal. Die ist wirklich nur Scheiße in deinem Rad. Schöne Resson. Nicht geklappt. Nicht geklappt. Nicht geklappt. What the fuck? Ich habe gerade sechs hinzufügen für einen Boni gebraucht. Oh, das ist falsch. 27 Tage und 10 Stunden Spielzeit. Und irgendwelche Spacken schreiben mir. Und deshalb den Server gibt es noch nicht so lange. Und irgendwelche Spacken schreiben mir. Ey, Vossi. Man merkt voll, du hast gar keinen Bock mehr auf das Game. Ich schwöre, das merkt man voll. Wie lange gibt es den Server? Drei Monate? Drei Monate. Jo, wegen der Musik habe ich jetzt in dem Teil keine Audio von mir selber. Deswegen muss ich das gerade neu aufnehmen. Auf das Schild sind letztendlich draufgekommen 20 Teufel, 20 Orks, AGO, 10 ESO und 10 Untote. Also ein cooles Rundum-Schild. So für PVM-Geschichten. Und das habe ich dann gelassen. Und jetzt weiter. Viel Spaß. Wenn wir uns, äh... Oh, alles klar. Ein Wunsch. Alles klar, vielen Dank. Alles klar, Leute. Jetzt wird geswitchert. Jetzt wird geswitchert. 13 FKS, 6... Äh, Dex. 6 Vitalität. Imba, Alter. Oh mein Gott, 42 DSS. Okay, das kann man nicht träumen. Okay, das kann man nicht träumen. Das ist Werbung, Alter. Ich habe schon gedacht, was hat sich denn da in meine Playlist reingeschlichen. 29 DSS, ja nice. 29 DSS, ja nice. Okay, letzter Switcher. Ich gucke nicht hin. Ich gucke nur auf den Chat. Hast du geswitcht? Äh, noch nicht. Jetzt kommt sowieso wieder so ein Chance oder so. Oh mein Gott, 53 DSS. Ach, Ton macht Ton. Das kann man lassen. Bitte. Siehst du alle die Trolls, Alter. Diese Trolls. Minus 5, ja nice. Okay. Ich gebe jetzt all meine DR. Du bist komplett bei Ihnen erkannt, Alter. Snutz. Schreib nicht mal was dazu. Ja moin. Vielen, vielen Dank, Snutz. Aka Bro-Sev. Oder Bro-Sev. Alter Falter. Vielen, vielen Dank. Die letzten 44 Switcher. Danach habe ich nichts mehr. 34. 5 crit. Ja boin. Ich lasse das nicht einfach aus dem Grund, weil dann hat sich das alles nicht gelohnt. Ja, 5 crit mehr. Wow, und ein 1. Alter, wie viele DR ich jetzt ausgegeben habe, damit ich den gleichen DSS-Wert. Ich habe auch so ein Profilbild in WhatsApp drin und meine Nase ist so weiß, das geht nicht weißer. Und Cell sagt jeden Tag zu mir, Alter, ist deine Nase da rot? Ist deine Nase da rot? Der Typ, der ist 24-7 auf Drogen. Ist einfach so. So, ich switch weiter. Und es ist vollbracht. Letzten 8 Switcher. 430 DSS-Secret. Mann! Warum? Wie viele DR habe ich? 8 KDR oder so? Und habe zweimal 34 DSS bekommen. Leck mich am Arsch. Du hast immer fast jedes Mal die gleichen Werte. Irgendwann kommt der Tag, der kreuzt sich hier mit 20 KDR auf und macht da mindestens 35 DSS rein. Wir sind 200, wie viele Leute? 250. Ich muss mir nicht mehr den Kopf rasieren, Big Boy. Irgendwann machst du falsch, Junge. Wenn Flieger hinter Flieger fliegen, fliegen Flieger flieger nach. Okay, 3, 2, 1. Leck mir die Eier, Alter. Ey, der Server! Ohne Spucke, Alter. Ist das hier? Ohne Spucke! Was habe ich schon alles auf den Server vergeigt, Alter? Was habe ich? Unglaublich! Unglaublich! Wie viele seid? Ohne Spucke! Wer hat sich die Eier, Alter. Weil ich mir dieses Meilen nicht mehr sehen. Wie viele wollen Sie machen. Das sind die Eier. Was ist mit dem Schlecht gemacht, los bei zwei Sparren? Ich bin zuerst der, ich bin eben kein Schlecht gemacht. Schlecht gemacht!